Ich jage den Chef-Ingenieur. Informier mich. Okay, was muss ich jetzt machen? Weiter gehen. Wiederholen. Wir haben Verwundete. Mindestens sieben. Erst zu. Hier, schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir können erst weiter, wenn es hier sicher ist. Chief, alles okay. Ihre Männer können weiterarbeiten. Danke für die Hilfe. Jetzt können wir endlich alle evakuieren. Kann man das Feuer nicht irgendwie löschen? Die Hauptgasleitung pumpt das Gas direkt ins Feuer. Wenn's die Pipeline erreicht, macht's Peng. Wir könnten genauso versuchen, es auszupissen. Wie geht's ihm? Verstanden, Sam. Such einen Ausgang für dich. Nein, ich meine, warte. Wenn du ein Terminal finden kannst, kann ich den Virus ausschalten. Das System reinigen. Chief. Wo ist der Kontrollraum? Oben im Terminalbereich. Ist zu gefährlich da. Ich hab Verstärkung, das wird schon. Viel Glück, Chief. Wenn ihr einer Glück braucht, dann... Nett! Wenn du es bis in den Terminalbereich schaffst, Sam, kann Charlie den Gas durchsetzen. Dann weichen wir erstmal alles geschickt aus. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da hochkommen. Okay, wir nehmen einfach diesen Weg. Wie wär's? Ähm... Was ist jetzt über diesen Weg hier? Nein, hoch... ...da lang. Gell? Ja, nicht so ne Gezucker jetzt. Da braucht kein Schwein. Wir sind ja nicht bei Call of Duty Ghosts. Wie da übertrieben viel... ...gestressend so was gemacht wird. Sam, ich habe die Funksysteme der Ingenieurs im Terminalbereich geackt. Willst du mithören? Natürlich. Hattest du aber nicht in der Hand, keine Gefangenen? Halt dich los! Halt dich los! Auf keinen Fall! Ja, hält dich los! Oh, nicht! Das ist doch... Er... Wir sind immer in der oberen Etage. Okay, anscheinend sind wir erstmal hier nur eine Kletterparcours drin, mit keinen Gegnern. Aber ganz nett. Okay, noch sind hier keine Gegner. Genau das gleiche, ja. Nice! Hör damit! Schnell! Dann los. Bleibt wachsam. Die Ingenieurs wissen jetzt, dass wir hier sind. Sichere dich. Verstanden, Sam. Hab sie da! Scheiße, hier haben wir einen Cyborg. Geht die Fresse her zu kommen her. Geht die Fresse her. Geht die Fresse her! Warum macht's nicht Bumm? Okay, brauchen wir eine Brandgranaten. Viel Spaß damit. Du wirst damit und brennt gefällig. Schnauze! Was? Ich habe alles verbraucht schon hier, Alter. Okay, ich bin drin. Versuch nach unten zu kommen, Sam. Bist genau über dem Anführer. Scheiße! Die Systeme sind wieder aktiv. Die müssen hier eingedrungen sein. Sichert den Abschnitt. Bewacht den östlichen Bereich und haltet mich auf dem Laufenden. Los! Du müsstest den Anführer jetzt sehen, Sam. Ja, ich gehe rein. Der Kerl versucht zu fliehen. Ich folge ihm. Du kommst mir nicht so schnell, Kollege. Ich kann das Tor vor dir schließen und den Engineer einsperren. Fuß! Entschuldige, Sam. Ich bekomme es wieder auf, aber das dauert. Ich überlege mir was anderes. Los, hoch hier. Was? Was? Was ist da los? Der Kerl versucht zu fliehen. Ich folge ihm. Schnell hinterher. Ja, hoch mit dir. Jetzt. Ich kann das Tor vor dir schließen und den Engineer einsperren. Tu's. Entschuldige, Sam. Ich bekomme es wieder auf, aber das dauert. Ich überlege mir was anderes. Nein, ich bin nicht hier. Ich lasse dich durch. Charlie, du musst... Dabei. Scheiße. Was ist denn jetzt los? Ja, das ist genau das, was du machen sollst jetzt. Wir fliehen in einen Straßenwagen. Stattel die Drohne und verfolgt sie. Moment, ich übernehme das. Sekunde. Ich fange das Tor hoch. Schön. Keine Chance. Hilfe. Hilf mir! Hilf du mir zuerst. Sadiqs Plan. Rede. Du kommst zu spät. Was habt ihr getan? Eure Präsidentin hat eure Leute auf einem Silbertablett an Sadiq geliefert. Denver. Der Bunker. Sadiq hat dort auf sie gewartet. Es ist vorbei. Blöder Wichser, du stirbst. Nein, nichts. Ironie, in deinem Krankenhaus gestorben. Amerikas Benzin angegriffen. Okay. Jetzt geht's hart auf hart. Schlag auf Schlag geht's jetzt hier gerade. Es ist ja unglaublich. Mal 50. 150. Panther. Acht mal 100. Und Effizienz 50. 1.000. Yay! So, und was haben wir noch? Assault. 1 mal 75. Kampfkills. 0. 18 mal 75. Und immer auch kein Gold. Fick you, Alter. Effizienz 100 bringt auch nicht mehr viel Punkte dazu. 20. Abschluss in unter 20, äh, 40 Minuten. Okay. Versteckte Wege gefunden? Null. Gut. Weiß Bescheid. Sieht aus, als sei die Überweisung da. Dann lass mal starten. Habt ihr die Präsidentin erreicht? Versuch uns noch. Es gibt was Neues vom SEAL Team. Alles okay. Wir tanken auf und starten in 20 Minuten. Hey, ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Äh, danke. Hast du einen Moment? Kannst warten? Nichts Wichtiges. Besprechen wir später. Grim, das Virus. Mexiko, er muss es wissen. Muss er nicht. Hab Mist gebaut. Ach, echt? Wieso deckst du mich? Wieso willst du mich noch dabei haben? Das wollte ich nie. Danke. Hast gefragt. Du hörst nie zu. Glaubst, dass du alles weißt. Für dich ist der Job nur ein einziges Spiel. Bist du fertig? Nein, bin ich nicht. Weißt du, was mich am allermeisten an dir stört, Charlie? Dass du so gut bist. Das einzige, das zwischen Sadiq und der Welt steht, ist dieses Team. Ich kann nicht riskieren, dass Sam dich aus dem Flugzeug wirft. Tut mir leid. Dann überleg, wie du es wieder gut machst. Okay, da geht es auch jetzt ein bisschen gefühlsmäßiger rauf und runter. Und damit sich die Gefühle mal ein bisschen herabsetzen können, würde ich sagen, beenden wir es erstmal für heute. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Wie immer, schritte alles in die Kommentare. Und hoffentlich ist man sich mal irgendwann mal online. Tschüssi, ciao.